Zeitbomben-Kombo Also ich hab den Mini-Nuke Und das Ding dazu schrecklich jetzt hier eine Wärme tausche Sieht dich, Kombo Wo ist meine Menschen hin? Na gut Na gut Wird du unten? Ich brauche ein paar Münzen Na gut Wichtige Wettermeldung Die Wetterfeuer gesagt Dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu Und jetzt kommt etwas auf uns zu Etwas Großes Haltet euch warm Meldung vom Wetterballon Über die Rauchwolken Über der Stadt Der Wettermann Hey So Jetzt warten wir bis das hier Komm So So und Oh wie geil dieser Mond Ist bis jetzt mein Lieblings-Item Drei Kombos Vier Kombos Genau das Wollte ich So 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 das dritte Buch ist fertig So das dritte Buch ist fertig Was haben wir denn hier? Ja sieht auch gut aus Also wir haben hier einen Holzlöffel So 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 Trockeneis So 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 Anbei ein Gutschein für eine Gratis-Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. Die Liebe ist Nancy. Du bekommst einen Umarmungsgutschein. Das ist ja eine nette... Oh lol. Alles friert. Future Fees. Ok... Es muss alles ein bisschen schneller gehen. Ich hab nicht so die Geduld jetzt gerade. Tiefkühl... Sushi. Ein paar Käfer. Hallo Nachbar, bist du noch da? Du liest alle meine Briefe aufmerksam durch, oder? Überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Eines Tages werde ich etwas wirkliches, wichtiges sagen. PS, ich habe dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Ein Vorhang? Cool. Ein Kaffeebescher. Ein Kaffeebescher. Blub, 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 blub. Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Sie sind so wunderhübsch. Es gibt nichts besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen. Wir sind feuerfest. Liebe Sugar Plumps. Süß. Süß. Es-Geschirr-Combo. So. Oh. Was können wir uns denn hier noch zu nehmen? Hehehehe. Whip. Whip. Süß. KaffeeFisch-Combo. Hey,Icecafe-Kombo. Bei Milchphysische im Porzellan-Laden Kombo. Sehr nice. Was sind da... Ah! Der macht so gráficbar. Okay. Gut zu wissen. So lange kann ich ganz sicher nicht warten hier. Aber sammeln wir das ein bisschen hier wieder für die Kombo. So, das Feuer ist mal ersticken. So, was ist das? Kaviar? Sieht ein bisschen ekelhaft aus. Iiiiih, ich habe den Käfer gesehen. Ah, fuck. Hey, schickst du mir einen Kammerjäger? Okay, danke. Nein. Nein! Hey! Okay, danke. Das ist aber kein Kammerjäger. Schick mir einen Kammerjäger. Äh, das ist wahrscheinlich der Kammerjäger. Ja! So, verschicken. Ein Pilz. Ach komm, davon habe ich jetzt nicht mehr so vieles. Die dauern ja ewig. Ich danke dir für den Kammerjäger. Er ist perfekt. Fertig. Kammerjäger, hol dir den Käfer. Eins, zwei, drei. Und, drei. Ah! Oh, oh, oh. Ups, daneben. Oh, da ist der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käfer. Kumpel. Oh, wir sind jetzt Freunde. Leck, leck, leck. Er liebt dich. Schmatz. Ach, wie süß er hat ein Ei gelegt. Okay, so kann ich es haben. Oh, shit. Das ist ein Ei gelegt. Oh, shit. Cool. Oh, aus dem Pilz kommen kleine Pilze. So, dafür brauchen wir noch vier Kombos. Schauen wir mal. Die Wach-Auf-Kombo. Gibt's hier irgendwas? Rauchmelder eventuell mit dem Wecker. Wichtige Wettermeldung. Die Wetterförder. So, wie gesagt. Sieh, rauch ich mit. Geh, rauch ich mit. Mit einer Chance auf dicke Geh, neunz. Kaminrauch und Rauchwolken. So weit das auch gereicht. Die Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken über der Stadt der Wettermann. Alter. So viel Zeit hab ich doch gar nicht. So. Ja. Die Zeit sind jetzt ein bisschen lang. Finde ich. Okay. Okay. Es hat keine Combo gegeben. Der Wecker und der Wecker und den Rauchmelder hätte ich jetzt mitgerechnet, dass da eine Combo kommt. Ja. Ja. Ich brauche erstmal eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.